Yo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Minecraft Ich glaube ich mache hier schon mal ein Screenshot für Thumbnail So, ich suche jetzt einfach mal nach so roten Blumen und mache daraus roten Farbstoff Come on Hier im Wald sind sicher welche Ja, das sind natürlich auch viele, weil im Wald, da gibt es natürlich viele Pflanzen Oh yeah Hier mal endlich wieder was Roter Farbstoff Super mit diesem großen Stauch können wir mehr roten Farbstoff gewinnen Oha Das ist geil Yeah Gibt es auch so mehr roten Farbstoff Ähm, ja Da sind welche Super Das ist gut Ach, das ist ein Kühe Oh, da schlachte ich mal so ein paar Oh ne, das sind Schweinchen Ich hab's wegen diesen Bild der Farbe so verwechselt Ähm, ja Ähm, ja Na komm, wir Lassen uns das erst mal um Suchen hier einfach weiter Hier im Wald finden wir sicher mehr Boah, und der Wald sieht mit den Schädern super aus Das sieht einfach geil aus Ähm, ja Okay Da ist so ein Fichtenwald, also jetzt so ein Wald mit Fichten Oh, ich hoffe auch, dass wir uns nicht verlaufen, aber ich weiß, wo es wieder zuhause geht Einfach jetzt raus aus diesem Schwarzeichenholzwald und dann ist man wieder zuhause Oh, und ich seh grad, ich hab Hunger Und wir finden wieder mal rote Blumen, also Mohn Oh, und ich seh grad, ich seh grad, ich seh grad, ich seh grad Ich glaub, wir gehen jetzt einfach mal zurück nach Hause Nicht, dass es dunkel wird und wir uns noch verlaufen Boah, ich finde Und hier noch mehr Hilder Irgendwann geht's da doch raus Oh, das ist echt ein großer Wald Au Puh, ich hoffe wir uns nicht verlaufen Ich hoffe wir finden eh wieder raus Oh, das ist echt ein großer Wald Oh, das ist echt ein großer Wald Guck mal Da war ich doch mal Da war ich wirklich mal so Ich glaub, wir finden zurück Guck mal, da war ich doch mal Come on Habe ich da nicht einmal Besser in der Folge da hoch gebaut Als der Dunkelbodo nicht nach Hause fand Oha Irgendwo geht's doch sicher nach Hause Oh Okay, ich glaub wir haben uns verlaufen Das ist schlecht Das ist schlecht Tatsächlich, weil ich hab hier schon viele Vier roten Farbenstoffe gefunden Der gut ist Und Jetzt haben wir uns ausgerechnet verlaufen Na, was mach ich jetzt Ich will nicht wieder meine Sache verlieren So wie ich es in einer anderen Folge Gemacht habe Und ich glaub Ich mach mal den Shader aus Von da kann ich mich besser konzentrieren Äh Ja, so mit Shader läuft's doch schneller Vielleicht soll ich mal ein paar Ein paar so Folgen mit Shader spielen Vielleicht wär das cool Oh nein Ah Ich bin fast gestorben Und die Sonne geht unter Das ist schlecht Das ist schlecht Ich bin fast gestorben Ich glaube, ich mache das So Ich habe das Lo Hm, ich glaube, ich mach mal eine höhere Sichtweite des Chunks. Da können wir mal sehen. Da können wir mal jetzt mehr sehen. Jetzt können wir mal der Chunks sehen. Aha. Ah, ich hab mich wirklich verlaufen. Ah, ich glaub... Wow, irgendwo hat's so gehängt. Irgendwie hat das Spiel gerade gelaggt. Okay, ich glaub, wir beenden hier mal den Part. Aber ich hoffe, wir finden ihn mal wieder zurück. Weil ich weiß ganz genau, ist so hinter den den Schwarzeichenholz-Balz. Da hinten können wir wieder nach Hause. Ach, das lebt ja irgendwie so. Weil jetzt laden so viele Chunks. Ich glaub, manchmal zigweite Chunks niedriger. Oh, Alter. Jetzt ist so hoffnungslos. Wir sitzen hier fest. Für immer. Es gibt keinen Weg raus. Warte, was ist ich da? Ist das... Damit du kurz siehst, ja? Okay, damit du kurz siehst, damit helfe mir. Ich bin jetzt mal raus und ich bin nach Hause. Kannst du mir helfen? Ich bin jetzt mal raus und ich bin nach Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Okay, ehrlich gesagt, ja. Also ehrlich gesagt, hab ich eigentlich nur so, ja, ähm, Schiez benutzt, um zurückzukommen. Aber das muss es sein, ja. Das muss es sein. So, das nimm ich einfach mit, weil wir bauen weiter am Stall. So. Fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein. Okay. Ich mach mal die Chunks ein bisschen niedriger. Wegen dem lag das ein bisschen. So, jetzt läuft's lässig. Jetzt läuft's besser und das ist super. Ähm, ja. Oh, Creeper. Okay, hab ich hier Schilds? Ja. Okay, jetzt könnte man mich vielleicht nicht so gut hören weil ich weiß gerade weit weg vom Mikrofon aber zum Glück noch überlebt ich glaube ich bin ich da oben nicht genug geleuchtet da ist auch ein bisschen da ist ein bisschen muss ich hier mal ganz gut nachschauen tja du musst auch noch zubauen und dann machen wir am Stall weiter äh ja da ist es das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 also 1 ich möchte weiterarbeiten jetzt klar ich habe noch Wolle dann haben wir jetzt gerade keinen roten Farbstoff dabei oder was umgekehrt ja wir haben jetzt wirklich keinen roten Farbstoff mehr oder doch hier ich bin so blind ich brauche jetzt so Wolle weiß nicht ob die Schafe schon ich ein bisschen Wolle haben das auch das auch so gut gut ja wir haben wieder mal neue Wolle gewachsen ist super oh nein ich wollte sie nicht schlagen la ok dann schauen wir mal mehr so ok ok super mhm ob ich da jetzt weiter Holz oder Wolle so den Stall baue weiß ich nicht ich meine mit Wolle sieht es schön aus aber für Wolle brauche ich ja länger also als nur so für rote Wolle weil ich brauche auch klassisch roten Farbstoff ja mhm mhm uh mhm wohl nicht auch so Und wieder sind hier keine Monster gespawnt Das kann ich dann auch reintun So Weiß nicht, wie sieht das Weizen aus? Aha Das ist gewachsen, ja Und das auch Sieht gut aus Da ist auch was gewachsen Gut Dann packe ich das mal hier rein Die Sonne geht unter Oh ja Ja, das ist so ein Untergang Ha, ha, ha Ha, ha Dann leg ich mal ins Bett Was ist super? Ah, ich finde diese Hunde einfach so süß Ähm Was sind da Monster? Okay, da oben sind keine Monster gespawnt Super Was sind da drin, Monster? Ne, weil jetzt, ja, das glaube ich das Aber die Windmühle, die wir gebaut haben Sieht super aus Und jetzt sind wir hier ganz oben Hier noch eine, ja, Blume Die Sprache ist ja auf Englisch gestellt Ich stelle es mal auf Deutsch So, wo ist Deutsch? Da ist Deutsch So Und eigentlich heißt das Mohn auf Deutsch Ja So wie es ist So heißt das Ähm Ähm, ja Dann würde ich mal sagen Das war's mit dieser Folge von Let's Play Minecraft Ich hoffe, es hat sich zur Folge gefallen Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.